Was möchten Sie mir empfehlen, dass Sie vielleicht heute eine Bestellung von uns annehmen möchten? Aber leider nicht morgen. Vielleicht. Achso, was machen wir jetzt? Ja, ich glaube, er hätte gern was empfehlt bekommen. Gern den Lieben? Vielleicht spieß ich nochmal ab. Was möchten Sie mir empfehlen, dass Sie vielleicht heute eine Bestellung von uns annehmen möchten? Ich verstehe gar nicht, ich frage ich nicht. Aber leider nicht morgen. Vielleicht. Na, bringen Sie ihm halt was. Ja? Nein, man nie kriegt, ja? Ist gut? Sehr gut.